na bombe das wird wohl nix für lesion denke ich mal aber erst einmal hallo derseits und willkommen zurück bei rainbow 6 siege tankstelle na da kann sich aber immer nicht entscheiden ja wir haben keine heartbreacher und außerdem ist die map ziemlich stark auf vertikales gameplay ausgelegt und kann es eigentlich alles zerstören warum bug auch ziemlich gut ist eigentlich muss aber auch ehrlich sagen ich habe zuletzt obwohl termit und ibane hier selten gespielt wurden die beiden eben kaum vermisst dabei sehe ich auch meistens so dass jemand dabei ist der die verstärkten wände aufmachen kann bei der garage sind sie oben bei den büros die amira und vigil haben sie auch die 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 Tomaten Die Bombe wurde lokalisiert Was für ein Völlhörnkreiter Pass auf, der kommt an der Treppe Einer war unten, aber geil Dronne fährt, aber geil Butter, was ist das? C4 sehr Dronne wird unter dir bedient Hast du gesehen, Treppe war auch Ja, ja C4 Bei den, ähm, ging es doch wo auch einer Ibanado Das Schafschützen-Schrottflintengewehr, ne? Ob noch geschwitzt wird So ein Schwachsinn, Alter Er war doch noch mal auf mich drauf Ja, die Kamera ist eh von Popo Nee, aber generell ist die Hitburg irgendwie ein bisschen verdreht Partyraum im Büro, also so wie die gerade eben, oder? Ja Ja Ich glaube, ja, ich, ja, das kommt hin Ja, das ist das Das ist bei der Garage Das siehst du doch, wo das ist Ja, aber Ich sag's doch Garage sind hier Ich sag's doch Siehst du doch, wo das ist Wenn gut Ich sag's doch Ich sag's doch Na Schöning ist bereit Schöning in Stellung Die Straßen weitergeben Der Bug mit G ist bereit. Also eher Marienkäfer als Spinne. Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert, auf feindliche Aktionen vorbereiten. Hatte ich nicht zwei drungen gehabt? Schnell ich auch noch kaputt gegangen. Trefft jemand nicht? Kaum noch Kameras. Wir haben Blitz und Gegenwand. Ja. War das gerade ein Nomads-Lufthieb? Jaja. 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 Wurde von Normal abgefangen. Wir gehen über B.J. Drei Leute B.J. Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert. Schicke Kameras. Schicke Kameras. Schicke Kameras. Schicke Kameras. Schicke Kameras. Schicke Kameras. PIL4 Den haben sie auch die Historieア sagt, freu das andere пожалуйста § Rresses gelesen auf jede Menge Aktion von Leer und Level who is actor. enta colour mythic Körper ここ denkt Prima Eicke Kameras personler Die hat mich gehackt Die hat ein Döckelpier Ja, trotzdem war irgendwo ne Kamera Kamera war über dir Ob du sie nicht kaputt gemacht hast Ja nicht welche Kamera, ey Joke hatten wir ja auch noch Ich guck mal bei der Garage Küche oder sowas Kessel Keine Ahnung wie das hier spotter ist Der Kühlschrankraum, ne? Ah Kai, den kennt man schon Naturraum Nein Einsatz in 10 Sekunden Chatet euch doch mal 5 Sekunden bis Einsatz Wissen sie es Wissen sie es? Keine Ahnung Hier ist aber wenig Deckung Hier ist aber wenig Deckung Hier im gelben Ping ist schon das Fenster offen Ein neues Magazin Das war wohl Schwarzbad Keine Fußabdrücke hier bei Hawkeye Kamera Kamera war ein Fußabdrücke ich scanne Ich hab hier etwas Witschel 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 bei Jack hinten Was von Oben Was Witschel Ach Mist Der hat mich durch den Spalter gesehen Witschel Witschel Ja ist klar Ich find dieses Schriftflinde sowas im Öscher hört Einer vom eigenen Druck Mann Wieso werde ich denn schon wieder die ganze Zeit gespottet Witschel Ich treff die doch Alter Das ist so zum Kotzen heute irgendwie Das kann doch nicht seit letztem alles anders sein Eigentlich selbst wenn irgendwie meine Nasenspitze da vorguckt Kann mich doch der mit 100 Lebenspunkt nicht einfach mit einem Schuss Auch wenn es so eine Höhe Scherfschützen-Schrottflinte ist umbringen Aber irgendwie wird entweder geputzt oder fast geputzt Also keine Spantenpartien Nix mit 2-2 Nö 1-3 oder 3-0 Zurzeit Und bis zum nächsten Mal Macht's gut Und tschüss tschüss